Herzlich willkommen ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel viel Spaß. Guten Morgen, guten Morgen. Wieder ein schöner Morgen. So, jetzt. Hui. So grell die Sonne. So am frühen Morgen schon. Ich denke, es ist fast so, ich habe keine Ahnung, Viertel nach sechs ungefähr. Wir sind nicht ganz so früh. Wir gehen auch nicht ganz so weit, weil ich gleich heute noch einkaufen muss. Aber so eine Dreiviertelstunde werden wir wurscht zusammen kriegen. Gestern haben wir es leider nicht mehr geschafft zum kleinen See, weil schon wieder mein Akku leer war. Ich muss das jetzt mal genauer beobachten. Ich habe das Gefühl, der Akku hält nicht lange durch. Es ist ja eine ganz neue Kamera, ein neuer Akku eigentlich. Eigentlich. Na, wir werden es mal beobachten. Ja, ansonsten noch ist es frisch. Aber man merkt, es wird heute richtig warm. Ich bin wieder auf der Brücke. Und das sieht zu schön aus im Morgenlicht in der Sonne. Guck mal. Räuchtet richtig. Ich versuche es zu zeigen. Ja, herrlich, oder? Und da ist es nur eine einzige Pflanze hier. Man kann es nicht für möglich halten. Eine. Ja. Man freut sich inzwischen über eine Pflanze. Ja, ich bin auf der Seite, wo das Wässerchen ein bisschen ruhiger fließt. Komischerweise auf der anderen Seite plätschert es mehr. Aber da ist es jetzt komplett zugewachsen. Wir gucken mal. Auch da, schon ziemlich verblüht, aber es sieht toll aus im Sonnenlicht. Sieht richtig schön aus. Ich stehe auf der Leitung drauf, weil die zuckelt wieder so doll sonst. Ja, wir sind hier auf der anderen Seite der Brücke. Man sieht das Wasser. Heute habe ich keine Entenmama gesehen. Die ist wohl weiter weg geschwommen, denke ich mir. Wo ein bisschen mehr vielleicht zum Schwimmen frei ist noch. Ja, teilweise sind sie schon am Schneiden wieder an den Rändern. Die sind immer am Arbeiten hier überall auf dem Land. So, mein Mädchen. Warte mal, du kesselst mich wieder ein. Wollen wir die andere Seite nehmen? Komm. Hui. Ja, genau. Wir nehmen die Seite. Wir gehen bei den Allerruh und dann kann ich gleich mal die Leine laufen lassen. Weil da ist mal wirklich nie was los. Und man hat, seht ihr, links und rechts, jetzt, ach, alles abge... Erhntet, alles. Was hat sie jetzt wieder gesehen? Ein Mäuschen gehört? Dann nimmt sie das Füßchen hoch und steht sie da in halb acht Stellung. Ui, ui, ui. Kleiner Rabauke manchmal. Aber so, also wirklich, so ein lieber Hund, man kann es nicht immer wieder... Ich weiß, es ist langweilig, dass ich es immer wieder sage, aber... Ich habe noch nie so einen lieben Hund gehabt von Anfang an. Meine Hunde waren immer alle lieb, gutmütig, nicht aggressiv, niemals. Aber sie ist schlecht alles. Die ist sowas von lieb. Die legt sich hin. Heute Nacht wurde ich wach, war die Decke vorm Bett, wo sie immer liegt, lag die Lunalu drauf. Aber sie war nicht da. Dann bin ich ganz leise aufgestanden. Ich dachte, okay, jetzt ist es soweit. Jetzt geht sie ihre eigenen Wege. Jetzt liegt sie unten auf der Karot. Bin ich ganz leise nach unten gegangen. Nein, unten war sie nicht. Dann bin ich wieder hochgegangen und denke, mein Gott, wo bist du dein Hund? Da musste sie sich bei Theo aufs Bett gelegt haben. Da ist es nur abgedeckt mit einer Decke und so. Da ist ja kein Bettzeug mehr, aber es ist abgedeckt und die haben so eine Tagesdecke drauf. In das Zimmer ist sie aber noch nie gegangen, meines Wissens. Aber da hat sie gesagt, okay, wenn die Katze sich da hinlegen muss auf meine Decke. Die ist nicht sehr groß, die ist so dreifach gefaltet. Nicht so eine Riesenfläche. Und so nah will sie dann nicht mit der Katze liegen anscheinend. Dann gehe ich woanders hin. Dann ziehe ich in Theos Zimmer so lange. Dann habe ich die Katze weggesetzt und dann hat sie sich sofort wieder auf ihre Decke gesetzt. Dann bin ich wieder eingeschlafen. Das war so, weiß ich nicht. Vielleicht viertel nach zwei, halbviertel nach zwei heute Nacht war das wohl. Dann schälte der Wecker relativ früh. Und dann habe ich mir jetzt angewöhnt, ich haue da immer so zwei, dreimal drauf. Und dann steht sie schon vorm Bett und sie sieht ja, oh, sie wird wach. Da tut sich was da oben im Bett. Und dann springt sie zum Schluss immer rauf. Dann tobt sie da rum. Da muss man aufpassen, die hat die Haut mit den Füßen. Und die hat so wahnsinnig lange Krallen. Also wenn man die abkriegt, da muss man wirklich aufpassen, dass sie da nicht zur Wüste wird. Aber ansonsten, ganz lieb. Ganz ein liebes Mädchen, ne? Brinchen. Komm. Brina. Oh, so lieb. Hier bin ich. Und da ist eine Mäusespur dazwischen gekommen. Schade. Ich wollte hören, ich war auf dem besten Wege, aber... Brina. Brina. Brinchen, komm. Jetzt erst komm. Komm. Eieiei. Jetzt aber aber ganz, muss ganz sack ich jetzt. Ich sage noch, was du lieb bist und dann kommt da wieder eine Mäusespur dazwischen, ne? Ach du liebe Zeit. Hier kann ich sie gut laufen lassen. Also hier habe ich ganz freie Sicht, auch wenn wild käme. Ich kann sie schnell rufen, ich kann aufpassen. Aber sie muss ja auch mal lernen, ein bisschen frei zu laufen, ne? Das geht ja sonst nicht anders. Schön lieb sein Mädchen. Ist ein Hase, ich habe es gesehen. Ach, sie läuft und guckt. Das ist auch schön. Ich habe so ein bisschen hin und her geräumt und suchte Sachen. Ich habe, mein Mann hat ja immer diese schönen T-Shirts gehabt. Also wir haben die beide, wir mochten die beide gerne leiden mit diesen Motiven Wölfen oder Adler oder so ein Zeug, ne? So amerikanische, so kanadische sind das so. Naja. Und er hatte schon seit, ich weiß nicht, fast 25, 30 Jahren einen echten Aaron Pullover. Das sind ja diese aus England, diese mit diesen vielen Mustern, diese Wollpullover. Normalerweise unverwüstlich. Und ich habe den wirklich geliebt. Und der hat ihm so gut gestanden. Das war so eine dunkelgrüne Wolle. Und auf jeden Fall, ich habe mir das Ding aufgehoben, weil das war so groß, dass ich das anziehen hätte können, wenn es richtig kalt geworden wäre. Und auch so als Erinnerung. Und ich habe da mal so nachgeguckt, weil ich was anderes suchte in dem Schrank. Und was soll ich euch sagen, da sind auch die Motten drin. Und ich habe Lavendel, habe ich in dem Schrank. Gerade wegen dem Pullover, weil der eben halt auch so sein Pullover war. Und den wollte ich unbedingt aufheben. Und ja, Motten zerfressen. Also in meinem Haus kommt nichts mehr aus Wolle, schon mal aus Prinzip heute nicht mehr, weil ich keine Wolle mehr tragen möchte. Ich habe früher viel mit gestrickt mit Wolle und so weiter, mache ich auch nicht mehr. Aber egal, ich habe mich da so, war so traurig darüber gestern, vorgestern, dass der Pullover nun wirklich kaputt ist. Also es ist auch nicht wirklich zu flicken im Grunde genommen, auch nicht zu stopfen. Es sind große, große Schäden. Und es liegt auch noch so eine Seife drin. Also es ist Lavendel drin im Schrank, es ist alles Mögliche. Im Pullover sind so Duftseifen drin, alles Mögliche. Und nie war irgendwas und jetzt sind die Motten reingegangen im Schrank. Ich hasse sie wirklich, ich hasse sie wirklich. Ja, ich selber habe nichts mehr mit Wolle. Das heißt, ich habe noch zwei Jacken, die sind aber verpackt luftdicht. Wobei die eine hat trotzdem schon vorher einen kleinen, aber winzig, winzig, da kann man noch mit leben. Aber dass der Pullover nun kaputt ist, ich verstehe es nicht. Naja, das ist das gleiche Problem wie mit den Beeren, Mohair. Viele, viele Beeren sind kaputt, angefressen. Der ganze Floor ist abgefressen, bis auf den Grundstoff. Und ich sprühe und mache und tue, furchtbar. Ja, in einem Haus wie bei uns, da passiert das natürlich ganz schnell, weil ich weiß auch nicht. Ja, mit den Beeren, das hat mich auch arg getroffen, das muss ich sagen. Die sitzen noch in meiner Schlafstube, aber die sind total zerstört. Also ich habe das ja schon vor ein, zwei Jahren mal erzählt und ich hatte noch nicht die Kraft, die wirklich wegzuwerfen. Weil die haben alle so liebe Gesichter und ich liebe meine Beeren, die ich gemacht habe, wirklich. Und ja, so geht alles immer mehr im Bach runter. Gestern habe ich zwei Wecker weggeschmissen, alte Wecker, also Wecker zum Wecken für morgens. Und waren auch nicht mehr zu reparieren und lohnt sich ja auch heute alles gar nicht mehr. Solche Dinger sind das ja nicht mehr. Aber ich schmeiße immer mehr weg, ist kaputt, 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 zerstört, ist einfach weg. Ja, das war sein Wecker, der eine, ne? Naja, aber mit dem Pullover, also das hat mich so traurig gemacht, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das hat mich so richtig umgehauen. Ich habe gedacht, nein, ich habe ihn nochmal übergestreift, weil er war ja viel dünner, mein Mann war ja dünn und groß und ich war ja immer dick und fett und altes Maschenschwein auf gut Deutsch. Und deswegen, wenn mir mehr Sachen gepasst hätten, hätte ich die alle aufgeschleppt, hätte ich nie weggeworfen. Aber die passten mir leider alle nicht. Und, aber der Pullover, der hätte gepasst. Und den habe ich mir wirklich aufgehoben. Wenn es ganz, ganz kalt ist, dann habe ich Theos Pullover noch. Ja, bin ganz traurig darüber. Aber, ja, es hört sich vielleicht jetzt blöd an, ne, dass mich das so tagelang richtig platt macht, irgendwie. Aber es ist, es ist wirklich so. So, jetzt wird es schon wieder warm. Ach, ich hasse die Wärme auch, ehrlich gesagt. Brinchen, nicht ganz so schnell, wo bist du denn? Brina, Brina, stopp. Jetzt müssen wir stoppen, jetzt ist sie weit weg. Brina, hei, 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 komm. Oh, was macht der Hund da wieder für ein Blödsinn? Hui, was macht der da wieder für ein Blödsinn? Schnell in der Schieße rumgedreht, ne? Komm mal her, jetzt nehmen wir die Leine wieder fest. Alles gut. Ferkel, du, jetzt habe ich Lust. Nicht wieder so lospringen. Hör mal, Brinchen. Brina. Brina. Ich weiß, du bist dumm, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Eine einzige steht hier, eine, 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 eine. Ja, es ist, es ist nichts mehr da. Vielfalt ist schon lange verloren gegangen. Ist das so, vielleicht so wilde Möhre oder sowas? Ich weiß es nicht, genau. Dahinter ist auf jeden Fall huflattig. Das weiß ich. So, kannst du wieder laufen. Ich stehe nicht mehr auf der Leitung. Aber nicht so weit vor. Nicht so weit, nicht so schnell. Die Leine sieht schon wieder aus wie Sau. Na ja, wasche ich sie gleich wieder. So. Kamera erst mal aus. Mal gucken, ob sie noch ins Wasser will. Erst mal muss ich snubbern. Erst mal muss ich snubbern. Willst du noch ins Wasser, Mädchen? Willst du noch nach unten? Dann lauf. Lauf runter. Ja, ja, ganz zu machen. Leine müsste lang genug sein. Wer da wohl durchgelaufen ist, das muss aber interessant gewesen sein jetzt, ne? Da ist sie. Na ne, ist noch nicht unten. Ne, ne. Tut mir leid, ist noch nicht unten. Jetzt aber. Jetzt bin ich im Wasser mit. Ne. Ui, ui, ui. Wahrscheinlich wohnt der Buhmann unter der Brücke. Manchmal geht sie runter und dann springt sie wie jetzt einfach zurück. Wupp. So, ich mach. Stopp, ich stehe auf der Leitung. Stopp, ich stehe auf der Leitung. Mädchen, ich stehe auf der Leitung. Die ist so dreckig. Die kann ich gar nicht. Wenn ich die Kamera muss, ich extra ein Taschentuch hole und die Hand sauber machen, weil die Leine wieder so dreckig ist. Aber ist egal. Sie hat ihren Spaß und wir müssen üben. Immer noch besser als, immer noch besser als diese blöden Rollleinen, ne? Immer noch besser. Wo haben wir uns denn jetzt festgehakt? Ei, ei, ei. Wie? Jetzt müssen wir mal Schluss machen. Das war's von jetzt. Heute. Uppala. Irgendwie haben wir uns verheddert hier. Ach du Schreck. Kriegen wir das noch auseinandergefummelt? Ja, haben wir schon. So, ihr Lieben. Da ist der Wagen. Jetzt geht's gleich zum Einkaufen. So, ich bin wieder zu Hause. Das erste ist meistens die Leine einmal einweichen und ein bisschen waschen. Ich sitze ganz öfter jetzt auch draußen. Hab' mir's hier wieder gemütlich gemacht vorm Haus. Vielleicht habt ihr Lust mal meine Rosen zu sehen, die jetzt doch ganz schön blühen. So ganz abgeknickt leider. Ich muss die nächstes Jahr viel, viel kürzer schneiden, denke ich mir. Aber oben sind ganz viele Knospen. Ich versuch mal. Ich hoffe, dass ich's ein bisschen zeigen kann. Ist schwierig mit dem Lichtgrad. Ja, ja. Aber hier unten sind sie sehr schön. Und die duften. Aber das ist nur der zweite Topf. Aber hier entsteht neues Leben. Und hier unten wartet. Und... Ach da. Und auch da. Also ich glaube, die bekrabbelt sich wieder, nachdem sie so radikal... Und ich glaube, das ist Phlox, der jetzt hier vorne kommen könnte. Da freue ich mich. Und das ist diese Pflanze, die immer die Rehe abgefressen haben, zum eine Millionsten Mal. Dann hab' ich sie ja hier hingesetzt. Sie kommt ein bisschen nach. Ja, andere Blumen hab' ich nicht gekauft. Hier, meine Prinzessinblume hier. Die wunderbare vom letzten Jahr. Wird auch ein bisschen mehr. Aber die Rehe haben sie auch ein paar Mal abgefressen. Das Leben ist hart, gell. Hier bei uns ist es ein Überlebenskampf. Was wir haben, ist da eine schöne Klemate. Das versuche ich auch ein bisschen zu zeigen. Ist ein bisschen schwierig mit dunklem Hintergrund. Aber so geht's besser, gell. Ja. Da ist viel von da. Die wächst hier einfach so, wie sie möchte. Ja. Und da unten ist eine weiße Baudelaire. Ja, die hab' ich vor vielen Jahren dahin gesetzt, aber es ist kein guter Standort. Soweit ich weiß, hatten wir da noch eine andere, aber die ist nicht mehr da. Ja, okay. Ja, viel kann ich sonst wirklich nicht zeigen. Hier der... Hier, wisst ihr, ist das der Oleander? Ist das, glaub' ich, gell? Der Oleander-Blüten. Ja, das ist es. Und diese, das ist so eine Malve oder was, ich weiß nicht, die kommt auch. Aber da haben auch schon die Rehe immer ein paar Mal dran gefuttert. Was wunderbar ist, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mehr davon geholt letztes Jahr. Das ist diese blaue. Die blüht und blüht und blüht und ich knipse immer die Verblüten so raus. Und dann, die blüht schon ganz lange. Ja, und das, ja, das andere ist alles nichts. Ja, und diese eine von den Dachwurz, die blüht auch wunderbar, das ist immer lange. Ich hab die Töpfe nicht mehr befüllt, das hat keinen Sinn dieses Jahr, ne? Das hat einfach keinen Sinn. So, was jetzt das nächste Problem ist, hier, Wühlmäuse. Seit Wochen trete ich immer wieder fest, immer wieder fest, immer wieder neue Wühlmäuse. Es ist widerlich. Man kann, wir können hier nicht mal mähen, weil, naja, wir gehen mal zur Richtung unseren Wasserbottichen, die nach wie vor, wie sieht's auch an der Spur, die da reinführt, abgefressen werden, die Pflanzen. Hier vorne haben sie es geschafft zum Blühen. Ja, und so müsste es eigentlich aus drei, vier Töpfen rausblühen, aber die Rehe fressen es einfach ab. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, ob ich die, ja, die Seerosen sind noch da im Hinteren. Wird ständig abgefressen, hat keine Chance. Die Brennnessel wollte ich nochmal rausnehmen. Ja, diese große Boutlea hat sich wieder erholt, hat schon schön geblüht und blüht auch noch und hat noch neue dran. Tja, viel mehr kann ich hier nicht zeigen. Das muss ich noch irgendwie abschneiden, wartet mal. Seht ihr, da muss ich an die Dachrinne, beziehungsweise die Dachdecke, und der geht ja hier hinter diesem riesigen Gestrüppberg. Mein Mann hat das sonst alle paar Jahre ziemlich runtergestutzt und das ist jetzt natürlich jahrelang nicht passiert. Und es sieht natürlich auch toll aus, aber, tja, die kommen nicht ran, ne. Ich weiß es auch nicht. So, viel Verkehr, trotz Urlaubszeit, aber ist schon ruhiger als sonst. Okay, ich trinke mir noch einen Tee und da ist meine kleine schmale Mali. Und dann gehe ich, fahre ich los zum Einkaufen. Mal eben zumachen. Zack. Und die, und die, wie heißt die, Brina, wo ist die denn? Ui, wo ist die mit der Brina? Wo ist die mit der Brina? Komm mal her. Hallo Mädchen. Komm mal her, wo bist du denn? Ich bin da ganz hinten, ne. Ich habe mich verkrabbelt mit der Katze. So, ich mache jetzt die Leine sauber und dann trinke ich Tee. Hallo, hallo ihr Lieben. Das haben wir wieder. Freitag, schon fast Mittag. Ja, einkaufen und alles, was so anliegt, ne. Wisst ihr Bescheid, ne. Der ist ja immer irgendwas. So, die Bücher sind soweit fast fertig. Wir versuchen jetzt noch, irgendwas vorne rein zu geben. Und zwar sind das die Postkarten aus einer Daphne. Da mache ich dann meine Trading Card rein. Also stemple ich drauf und Wollen wir mal gucken, was wo vielleicht passen könnte. Warte mal, das vielleicht das hier. Wir legen es einfach mal so drauf. Das da und das da. Das würde gehen, ne. Genau. So, das wäre dann für vorne. Und ich stempele das dann gleich noch mit der Stempelhilfe drauf. Weil das soll schon immer ein bisschen ordentlich sein, wenn es geht, ne. So, was wir jetzt noch machen wollten. Ja, genau. Briefmarken wollte ich noch rauslegen. Weil ich habe so schöne Briefmarken. Ja, vielleicht sogar Blumenbriefmarken wieder. Weil die einfach hübsch sind, ne. Wollen wir mal gucken, was wir so finden. Hier haben wir zum Beispiel gelbe Rose. Och, die waren immer noch zusammen. Mist. Kriegen wir die auseinander? Nein, kriegen wir nicht auseinander. So feucht hier bei mir. Wollen wir mal gucken, was wir finden. Die haben wir so, ähm, die geht nicht. Die ist aufeinander geklebert. Das ist ein Kakus. Kakus in der Wüste. Siehste, siehste, Kakus in der, da ist so viel hier. Da hätte ich dann drei gleich, drei ähnliche. Naja, muss nicht ganz ähnlich sein. Vielleicht haben wir hier, klebt auch aufeinander. Och, Mensch, die gehen auch nicht. Eieiei, warte mal, hier haben wir welche mit so einer Umrandung. Dass jeder ähnliche bekommt, ne. Dort gibt das wieder Theater. In dem einen Buch ist aber mehr drin, als in dem anderen. Ja, das macht ja wohl Sinn. Wollen wir mal gucken. Wir haben so vieles. Die können auch ein paar mal wirklich verwendet werden. Siehst du, jetzt habe ich die dritte nicht dafür. Oder vielleicht da drunter noch irgendwo. Mit zum Rahmen. Mit zum Rahmen. Mit zum Rahmen. Ne, ist es ja nicht. Ne, habe ich nicht. Ist egal. Machen wir so. Ich habe das jetzt wahllos. Das habe ich mir jetzt nicht großartig hin und her überlegt. Ich nehme einfach irgendwelche Blumen. So. Wir machen uns da jetzt nicht so viel Gedanken drüber. Soll nur so ein kleines Zierelement sein. Nichts mehr und nichts weniger. Ach, die ist auch aufeinander geklebt. Gut. Muss ich jetzt irgendwann doch mal mehr merken und da mal ein bisschen einweichen. Das ist der Sonderfall. Wir haben diese. Wir haben diese. Wir haben diese. Machen wir so. Es spielt jetzt nicht die Rolle, gell. Es spielt jetzt nicht die Rolle. Die kleben wir schon mal ein, wo wir vielleicht was finden. Wer rum gehört die denn? Ein Moment da. So rum. Ich mache mal hier sofort vorne eine rein. Fängt schon gleich so an. Ich nehme mal ein Papier dazu. Und wo habe ich meinen Klebestift? Ach, ich habe auch noch kleine hier. Können wir die vielleicht auch mal nehmen. Ich weiß gar nicht, wo ich bei nächster Klinge unbedingt Klebestifte kaufen. Muss ich mir unbedingt merken. Ich habe jetzt so viele weggeworfen. Habe ich ja gesagt. Die waren mir wirklich schlecht geworden. Also das gibt es überhaupt nicht. Habe ich gedacht. So. Wir machen das gleich möglich. Sind alle rein. Kriegen wir das irgendwie gebacken. Ich habe zu wenig Platz. Ich habe zu wenig Platz. Wo haben wir denn jetzt die hier? Ne, 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 Petra, stopp. Komm schon wieder gegeneinander. Die gehören da hin. Ein Moment, ein Moment, ein Moment. Jetzt nicht ganz, nicht ganz wehrig werden. Die gehört dann da hin. Warte mal, ist das vielleicht so? Aber es ist beides rosa. Das spielt also. Machen wir es wie es ist. Machen wir es jetzt wie es ist. Wir versuchen, dass wir das ein bisschen gerecht alles verteilen. So hier, so rum. Aus Fremden landen frisch in das Buch. Ja, das ist jetzt der letzte Teil. Das Einzige, was... Warte mal, wie rum? So rum? Ich muss eben wirklich genau gucken. Das Einzige, was ich jetzt noch machen möchte, ist hier so ein paar Briefmarken einkleben, damit es ein bisschen nett und hübsch aussieht. Und dann stempeln wir so ein paar kleine von den Mannequins noch rein. Ne, so der Plan. Und zwar haben wir auf jeden Fall in diese schräge, das muss ich nur erst finden, da, da habe ich schon, da, da kommt noch eine Marke rein. Hier. Da ist sie wie so, so eine kleine, wie rum gehört, das einen Moment da so hoch kann. Und, da ist schon was drin, ein Bildern. Aber, so. Ja, was wollte ich sagen, ich muss mich konzentrieren, dass ich jetzt richtig rum reinklebe, dass ich da keine Fehler einbaue, ne? Das wäre ja wirklich richtig blöd, so was, ne? Ja, ich zeige sie dann heute komplett, wie sie sind und dann werden sie auch schon, ähm, guck mal gerade, nehmen wir die, werden sie auch heute schon, ähm, Quatsch, verlost. Und, ich zeige sie, wie sie sind, so, und dann könnt ihr euch heute melden, das wollte ich eigentlich sagen. Mein Gott, ich bin heute, ich bin ein bisschen verblödet. So, ich habe jetzt noch von hinten eine Möglichkeit, wir fangen hier hin, dann habe ich es einfacher, fangen wir nochmal hier an. Die Vögel habe ich alle eingeklebt, die zeige ich euch dann gleich. Zack, die, bap, die, zack, die, bap, die. Ich habe hinten zum Beispiel ganz, ganz wenig so extravagantige Sachen drin. Zum Beispiel können wir die auch einfach so auf eine Seite kleben, ne? So, dass wir die einfach auf eine Seite kleben, warum nicht? Ganz genau, muss ich wieder aufpassen, dass ich so richtig rum reingehe. Ich hoffe, ich bemühe mich immer, so rum. So, letzte, letzte bunte Seite, letzte bunte Seite, letzte bunte, das ist hier, oh, das passt ja ganz gut da, in dem Fall. Das habe ich ja Glück gehabt. Ohne. Ja, das ist die Ausnahme, weil ich habe da nur noch die, letzte bunte Seite, das ist in diesem Fall, passt auch, ist rosa auf rosa. Na gut, das war aber jetzt wirklich Zufall, dass es so ganz gut gepasst hat. Okay, das wäre das. Das hätten wir erledigt. Jetzt wollen wir gerne stempeln. Und zwar, jetzt holen wir die kleinen Stempelchen mal raus. Die kleinen Stempelchen, die kleinen, die kleinen, die kleinen, weil ich möchte die rennenden Manikets haben. So, da sind sie. Was war das nochmal? Warte mal. Ah, das war der kleine mit dem Stern. Der ist auch so süß. Oh mein Gott, der ist auch so süß. Die sind alle süß, ja. Die sind alle süß. Wir wollen uns mal eben kurz auf die Manikens beschränken, denn sonst wird das ein bisschen unübersichtlich, das Werk. Das war der Kaxus, warte, oder? Ne, das sind die laufenden Manikens. So, das ist der mit dem Stern. Ja, das habe ich alles an Manikens hier. Warte. Prelle mal weg. Manche Abdrücke sind nicht so, aber ich finde die eigentlich alle schön. Das ist immer das Problem, man findet sie ja alle schön. Ich mache die jetzt alle so daneben drauf, dann brauche ich nicht hundertmal anfangen zu. Der ist auch ein toller Stempel hier mit zwei. Ich weiß nicht, ob ihr das Leim möchtet. Ich mache es auf jeden Fall rein. Ich finde es immer lustig, wenn so etwas Lustiges mit drin ist. Hoffentlich mögt ihr das auch Leim. So, wir stempeln mit Schwarz, oder? Ja, ich glaube, wir stempeln mit Schwarz. Oder sollen wir hier diese neuen nehmen? Was haben wir denn da? Vintage, Epia, könnten wir auch nehmen. Ist nicht, vielleicht nicht ganz so. Oh, der geht immer schwer auf. Warte mal. Uh, magnetisch. Magnetisch. Passt auf. Das Stempel mache ich gleich ohne euch. Ich mache nur mal einen Probestempsler. Das ist schon mal nicht so der Hit gerade. Einen Moment. Petra, nimm mal Papier raus. Fräulein, bevor du in dem Buch stempelst, nimmst du Papier und guckst, wie das sich darstellt. Doch, es geht. Ja, man würde sich jetzt nicht mit Gewalt versauen, ne? Also, pass auf. Wir haben jetzt die beiden Mannequins. Die laufen jetzt ins Buch rein. Wo fangen die an? Die fangen hier an zu laufen, ne? Die fangen hier vorne an zu laufen. Da. Und da sind sie ja wieder raus. Ich finde es lustig. Wehe, ihr findet das nicht lustig. Dann weiß ich es doch auch nicht. Ja, dann ist das schon. Ich mache die jetzt alle, also gleich. Zum Beispiel, da ist noch ein Vogel, also können wir erst hier neben dem Vogel anfangen zu laufen. Manche Vögel sagen komisch. Also, sie sind alle im Buch. Ich werde es dann gleich sehen. Und hier hinten rennen sie wieder raus. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Kleine Mannequins. Und hier laufen sie rein. Ja, wo laufen sie denn? Und da ist ein Vogel. Da kann ich nur so. Da kann ich nur so machen. Andert geht es nicht. Hui, die sind so schnell, da sieht man gar nicht die Beine. Nachstempeln kann ich nicht bei den Dachen, ne? Das geht leider nicht. Was ist, das ist. Ah. Okay. Ja. Ach, jetzt wollte ich euch noch zeigen, was zu zeigen. Lasst doch mal auf. Ich habe nämlich noch was zum zeigen. Ich war gestern in Herzeborg und war im sozialen Kaufhaus. Ich habe nicht viel gefunden, aber das wollte ich euch doch noch mal kurz zeigen. Ich habe nicht viel gefunden, aber immerhin, ne? So eine kleine Dose, habe ich gedacht, die kannst du für irgendwas gebrauchen. 50 Cent oder so, ne? Da kann man, da braucht man nicht überlegen. Hier, 50 Cent, so eine Spitzendecke. Und zwar, habe ich gedacht, seht ihr mal, die könnte man auseinander nehmen. Ne? Die könnte man auseinander nehmen. Dann hätte man so Elemente. So, so der Plan, ne? So, so für 50 Cent. Und jetzt kommt richtig was Tolles, was ich gefunden habe. Fett, also Flat Fetts. Also das sind 50 mal 50, oder wie viel ist das, steht da drauf? 50 mal 52 Zentimeter. Ja, guckt euch das mal an, die Farben. Gut, ich mache ja Lila wohl ein. Also bei mir ist Lila nicht irgendwie, äh, sind große Stücke, seht ihr das? Kriegt ihr gar nicht in die Kamera rein. Schöne Baumwollstoffe, das sind so Quillstoffe, sowas, ne? Und habe ich auch, für die habe ich einen Euro bezahlt, ne? Äh, das ist mir die Sache ja allemal wert, weil das ist so ein schöner Stoff, entweder, äh, um mal irgendwas einzubinden, oder um sonst irgendwas damit zu machen. Ich habe selber noch keine richtige Idee, was ein bisschen blöd ist, dass das so aufgeklebt ist, aber man kann es abziehen. Ja, ist kein Problem. Guckt, ich mache nochmal eins auf. Ich habe geguckt, die Kosten, glaube ich, wenn man, da muss man aber, ähm, ich habe eins gesehen, da wurden die angeboten, also jetzt nicht direkt die Farben, aber diese, diese Firma, und da musste man so ein riesen Set nehmen, ich weiß nicht, ah, steht auch, sonst müsste ich es anföhnen, eben, ja, Moment, eine Sekunde, das geht so nicht, eine Sekunde. Das war ein riesen Set von 12 oder 15, ich habe keine Ahnung, und dann war das umgerechnet 4 oder 5 Euro, das ist eins. Ich habe es immer noch nicht ab, braucht ihr nicht glauben. Da muss ich mir mal mehr Geduld für nehmen. Das habe ich jetzt keine Lust mehr, die Stoffe zu versauen, das mache ich dann alleine. Das ist ja doof. Das ist ja schief. Ja, aber die sind ja alle gleich groß, ne? Die sind sehr, sehr schön. Das ist nochmal die Rechnung. Dann habe ich das gefunden, da weiß ich noch nicht, da habe ich mich noch nicht mitbefunden. Engelsbilder und Engelsworte. Windpferd. Ich weiß nochmal, als ich viel mit Esoterik damals so gemacht habe und mich dafür interessiert, habe ich ja auch lange, lange, lange Esoter. Habe ich von Windpferd ganz viele Bücher. Ich habe letztens noch einen ganzen Packen ausrangiert und dann weggetan. Alles mögliche, ja, ich habe ja alles Farblehre und dies und jenes und hast du nicht gesehen. Engel sind dein Kontakte, wie verwendest du die anderen geben für einige wenige Stille und ziehe eine Karte des Tages. Ach, das ist ja mal schön. Ich werde mal eben mischen. Ach, das liebe ich. Das liebe ich jetzt. Aber ich muss dreimal mischen. Warum das so ist, kann ich euch nicht sagen, ich muss dreimal mischen. Das ist so. Das habe ich mir so vorgenommen und so ist es halt. Ich kann auch nicht sagen, ob das fehlt. Müsste ich dann mal nachzählen. Ich weiß nicht, ob es irgendwo steht. So, ich fächer mal kurz auf, so gut ich es kann. So gut ich es kann, sage ich auch noch. Ich kann es gar nicht gut, ist egal. Rutschige Karten. So, möglichst jedem eine Chance geben hier. Und mal gucken. Da. Da bin ich ja mal jetzt reinig gespannt. Was wollt ihr mir denn sagen? Engel der Gelassenheit. Och, ist das doch. Das passt doch richtig gut heute. Der Engel der Gelassenheit begleitet dich. Deine Schwingungen wirken entspannt auf dich ein. Und aus der Kraft der Gelassenheit gewinnst du neue Perspektiven für dein Leben. Steht da vielleicht zufällig wie viele Karten? 44 Karten. Gut, das zähle ich jetzt ohne euch gleich mal nach, weil es mich interessiert. Ich hoffe, dass es komplett ist. So was liebe ich. Engel der Gelassenheit. Ja, die kann ich gut gebrauchen. Wisst ihr nämlich, mein ganzer Mund hat sich entzündet und ist wirklich furchtbar schmerzhaft, der ganze Unterkiefer. Brauche ich viel Geduld. Denn die neuen Zähne werden ja erst im September angefangen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist eine lange Zeit, ne? Okay. Nee, ich kann nicht mehr kauen. Ich habe wirklich große Schmerzen. Wohnen und Garten hatten die in dem sozialen Kaufhaus in Herzebrock riesige Stapel. Zwei riesige Stapel. Ich habe nachgeschaut. Das fing teilweise 2010 an und ging bis, glaube ich, 2022. Ich glaube, das waren alle Ausgaben, die jemals, also in dem Zeitraum. Und jetzt muss ich euch was dazu sagen. Seht ihr das? Hier, da ist noch alles drin. Die Werbung ist noch drin. Die hat jemand gekauft, über zwei Jahrzehnte bezahlt. Hier, dieses besonders extrem hier. Das war noch nie aufgeschlagen, das Ding. Man sieht es wirklich. Und jetzt kommt mir nicht wieder einer und sagt, man kann die Zeitung auch so lesen. Nein, man liest die Zeitung so und dann schlägt man die auf und dann sieht man das auch. Also, erzählt mir nicht immer so eine Dinger. Tut das nicht. Ich finde die toll. Also, ich habe jetzt nur vier Stück mitgenommen. Also, ich hätte da, ich kann da leider so schlecht rechnen. 50 Cent eine Zeitung. Und ich habe mir so einfach reingegriffen und habe jetzt, oh, schön, lila, liebe ich. Hab, oh. Und wann ist die? Hier, 2010. Ich sage es noch, 2011. Jetzt habe ich doch eine Osterzeitung. Wollte ich eigentlich nicht. Aber ist egal, ne? Ist egal. Hier, ihr seht es daran, da ist, ähm, wo war das denn? Einer war noch Werbung. Hier, die ganze Werbung ist noch drin. Auch hier ist nicht aufgeschlagen, ne? Das hat nie einer aufgeschlagen. Die Zeitung ist, hier, man sieht es wirklich. Seht ihr? Wenn ich die jetzt einmal aufschlage, ich gucke jetzt einmal rein, beim nächsten Mal könnte man es direkt sehen, wo man aufgeschlagen hat. Seht ihr? Hier. Seht ihr sofort. Also da habe ich nur vier Stück von mitgenommen, weil ich gedacht habe, okay, ja, okay. Aber es reizt dann natürlich dann so für die 50 Cent. Dann denkt man, naja, könntest du noch 20 Stück von mitnehmen. Aber ich habe hier selber auch viele Zeitungen. Aber es sind immer wieder schöne Bilder drin, wonach ich noch nicht geguckt habe. Ich bin ein bisschen vertrottelt. Das waren die Weihnachtsausgaben. Denn die könnte ich für 8 Top. Ich wollte ja gar kein Weihnachtsbuch mehr machen, gell? So war das ja. Okay, das wollte ich euch nur kurz zeigen. Kurze Unterbrechung. Schön. Habe ich mich gefreut, dass ich überhaupt was gefunden habe. Und schöne Sachen. Und jetzt werden wir mal die Uhr anhalten. Und ich werde jetzt die Mannequins einstempeln. Und dann machen wir einen Flip-Through. Bis gleich, ihr Lieben. Ich glaube, ich habe sie jetzt so ziemlich fertig. Und möchte sie euch kurz zeigen, wenn ihr Lust habt. Also ihr müsst euch nur merken, das erste, es ist so grün eigentlich, aber innen ist blau. Also das erste sagen wir mal blau. Wir müssen uns ja auf irgendwas einigen. Das zweite ist zwar orange-rot, ist aber innen rosa. Und das etwas größere Format, sagen wir bunt. Drei ist bunt. So, wir fangen an mit Nummer 1. Und das zeige ich euch ein bisschen ausführlicher. Und die anderen können wir dann vielleicht kurz reinblättern. Also, ich habe das noch gefunden. Das finde ich ganz süß. Das ist irgendwie aus der Daphne. Habe ich mit reingesteckt. Hier ist diese Postkarte. Da kommt noch mein Stempel drauf. Und vielleicht noch ein kleiner Gruß an die neue Besitzerin. So gedacht. Ja, jetzt ist das eine Signature. Da ist nichts Kompliziertes. Da kann man die Karte rausnehmen. Hier ist viel Platz, um noch mehr einzustecken. Die Vögel habe ich so verteilt. Die habe ich so. Und dann geht es schon los. Also beachtet, wir fangen hier an. Hier die Mannequins. Die Vögel. Und im ganzen Buch findet ihr so kleine Männchen. Es sind auch Seiten einfach so. Hier ist noch eine schöne Blumenkarte. Forget-me-not ist hier drin. Dann ist hier so eine Blume. Hier ist ein Stamp. Also eine Briefmarke. Das Bild ist eingeklebt. Damit man das sieht, habe ich das Restpapier eingeschoben. Zur weiteren Verwendung oder, weil das ja schöne Papiere jeweils waren, einfach zum Beschreiben und Reingeben. Hier kann man ein bisschen ausmalen oder was drüber kleben. So der Plan. Das sind die Rahmen, die wir über hatten. Die habe ich auch verwendet. Das ist das Restliche von dem Stamp Peria-Papier. Hier ist der kleine Stempel mit dem Tintenfass. Und er auch. Er krempelt sich jetzt die Ärmel auf. Jetzt geht es aber los hier. Hier spielt er mit den Klötzchen. Hier ist dieses Papier. Das ganz alte. Hier kommt das Schöne. Der kleine Schnecke. Der Vogel. Ja, die tauchen. Also man kann alles beschreiben und bekleben. Ja, das sind diese ausgestanzten Rahmen. Ich finde die eigentlich sehr, sehr schön. Einfach, tja, hier. Das ist einfaches Koffierpapier. Das kann man beschreiben. Also mit Tinte. Ich warne euch, wenn ihr dicke Tinte habt, so wie ich oft, so dicke Federn. Das würde durchgehen, wie wir hier sehen. Habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Das ist aber so. Dann würde ich sagen, dann müsste man da mit Kugelschreiber reinschreiben vielleicht. Praktischer. Und das habe ich einfach dazu geklebt, weil ich das finde. Ich vergesse, ich reise niemals ohne mein Tagebuch. Man sollte immer etwas Aufregendes zu lesen bei sich haben. Oskar Wald. Das fand ich klasse. Hier auch schöne verschiedenste Seiten, verschiedenste Größen. Überall das Gleiche drin. So eine kleine Blüte, so eine, ja, Lilie vielleicht. Ich weiß es nicht. Und ein Metermaß. Das ist ein Metermaß. Ne, dieses hier. Ja. Ja, und dann geht das hier weiter. Und hier ist der schöne Vogel drin. Ne, so. Könnt ihr da drin lassen, könnt ihr rausnehmen. Das ist das schöne Bubble. Also das war wirklich toll, das Bubble Papier mit dem Gold. Und das ist hier aus diesem Kalender. Ein jeder Mensch hat einen Engel, der schützend die Hand über ihn hält. Benedikt Ambacher. Ja. Und wisst ihr, was das ist? Das ist eine ganz alte Karte. Eine Orden. Das ist ein Orden. Worum gehört er? Das sind alte Sammelkarten. Preußen. Ich habe jedem einen so eine Karte mit reingegeben. Einfach nur, weil ich sie habe. Das ist noch Samperia. Hier ist wieder ein kleiner Stamp. Blümchen. Vogel. Die Vögel sind süß, ne? Das sind diese selbstgemachten aus diesen, ne? Und dann hier eine kleine Schnecke. Also hier ist viel Platz. Hier ist wieder eine Seite zum Einschieben. Da ist wieder das schöne Papier drin. Warte mal, da hat es noch ein bisschen gehakelt. Das habe ich jetzt einfach... Das ist wirklich schönes Papier, dieses hier. Und da habe ich gedacht, okay, ihr könnt das austauschen mit was anderem. Oder ihr könnt es einfach beschreiben, wie ihr wollt, ne? Das ist aus einem ganz alten Buch. Da ging es um Tiere. Das habe ich noch gefunden. Habe ich in jedem, habe ich einen so ein Dings mit reingegeben. Hier, die Vögel sind so toll. Warum ist man da nicht eher drauf gekommen, ne? Auch wieder so einer, ne? So ein Rahmen mit Vogel und Schmetterling. Und Quatsch, ja, Vogel und Schmetterling und Blüten. So wollte ich sagen. Kann man bekleben oder ausmalen, ne? Kann man ausmalen oder bekleben. Das ist extra eine schräge Seite, damit mal was lustig ist. Schöne Briefmarke. Hier haben wir wieder die, äh, die Mannequins. Die machen Party da unten und er kommt da hin gerade. Sie hört im Hintergrund, die sind wieder am Heu machen bei uns, ne? Am Gras schneiden. Schöne Karte wieder. Ich habe die einfach so passend zurecht geschnitten. Und hier ist noch ein Vogel. Hier sind noch Vögel. Hier ist auch noch ein Lep. Die beiden, die gucken sie an. Finde ich total lustig. Dann haben wir diese Postkarte, ne? Einfach aus der Floh. Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Ne? So. Und dann habe ich jedem eine ganz alte Karte gegeben. Liebigs Fleischextrakt. Das sind ganz alte Sammelkarten. Da habe ich einige von. Einfach so, ne? Vom Thema. Aber einfach was Altes wollte ich mit da reingeben. Was ganz anderes, ne? Und so sieht es dann aus. Dieses ist komplett abgeklebt. Vorne und hinten. Das war eins blau. Jetzt blättern wir ein bisschen schneller bei Rot durch. Weil es ist, werdet ihr sehen, es ist genau so, ne? Gleiche Postkarte, ne? Und, äh, Moment. Auch hier, ne? Auch hier rennen die Mannequins rein. Und am Ende wieder raus, ne? Beachtet das nochmal kurz, ne? Einmal durchs Buch laufen, bitte. Moment, da hat sich was festgeklebt. Ist nicht schlimm. Hier der Vogel. Na, kann passieren, wenn man so viel macht, ne? So. Kann passieren. Ja, ich sage jetzt gar nicht viel dazu. Ich blätter nur mal ganz schnell durch. Hier sind auch Blumen natürlich drin. Und zwar diese wunderbaren. Also da stehen auch Sprüche drauf. Hier sind diese Marken mit draufgekommen. Blümchen. Zum Bekleben oder zum Ausmalen. Hier ist das gelbe Papier. Diese Rahmen aus dem gelben Papier. Ne? Das habe ich einfach dazu gegeben. Könnt ihr austauschen oder beschreiben, wie ihr wollt. Ne? Ich habe auch extra nichts mehr drauf gemacht. Es soll viel Möglichkeiten zum Schreiben geben. Und so ist es hier. Seht ihr? Die Rahmen hatte ich auch in diesem aus gelb. Die Rahmenfarbe ist in jedem Buch anders, ne? Das ist das Papier, was ich dann eingesteckt habe. So, ne? Das sage ich nur noch mal kurz dazu. Ne? Ja. Also ich, ich liebe das, wenn ich habe, ich mache meine Tagebücher ja auch immer, und ich habe extra, extra immer ganz viel verschiedene Ebenen drin. Wenn so kleine und, und längliche und hochkant und bunte und hier dieses und jenes, ne? Und dann klebe ich zu meine Federn ein oder, 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 ne? Da findet sich immer irgendwas, ne? Hier. Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt. Ja, das ist ein schöner Spruch. Das sieht auch süß aus irgendwie, ne? Mit diesem finde ich. Finde ich richtig niedlich. Ja. Das gleiche Gebamsel drin wie. Es sind allen gleich, ne? Damit da kein Neid entsteht. Ich hatte zufällig drei gleiche, ne? Vogelkarte. Und hier ist auch wieder ein Orden, ein ganz anderer. Steht auch genau drauf. Ne? Das ist hier. In den kleinsten Dingen zeigt die Natur die allergrößten Wunder. Karl von Linné. Ja, das stimmt. Kleine Dinge sollte man immer schätzen. Hat das da geklebert. Wisst ihr was? Ich sage es gleich dazu. Die stehen auf dem Kopf. Kann ich jetzt nicht ändern, ne? Muss ich mal dazu sagen. Kann ich, guck mal hier. Mit der Farbe rumgeasst. Ne, mit der Kleberei. Oje. Oje, oje. Ja. Schneckchen sind auch hier. Also die Stempel sind gleichmäßig verwendet worden, ne? Hier haben wir wieder was, so, ne? Zum Einschieben. Und da haben wir das Papier, ne? Sodass ihr das vielleicht benutzen könnt, wie ihr wollt, ne? So, das ist das zweite Buch. Hier ist zum Beispiel ein Kanar hier im Vogelrein. Guck, aus einem ganz alten Buch. Da ging es so um Tiere und so, ne? So. Und, ähm, hier ist so ein schönes kleines Mädchen noch drauf auf diesem Papier. Das war richtig niedlich. So. Und das ist die letzte Seite. Hier habe ich ganz, ganz viel Leerraum. Und hier ist so viel Platz. Ich habe hier so geknickte Seite. Wir können da ohne Ende mit reinschieben. Das Buch kann das aushalten, ne? Da ist noch Platz genug. Hier auch die beiden, ne? Und hier die Freude und das Lächeln sind der Sommer des Lebens. Jean-Paul. Und hier ist eine andere Karte, auch eine alte Liebig-Karte. Ich habe gedacht, dann habt ihr was ganz anderes mal. Was ganz Ungewohntes vielleicht. Ne? Das ist Nummer zwei, rosa. Und jetzt kommt Nummer drei, bunt. Mache ich auch ganz schnell, damit es nicht so nervig ist vielleicht. Hier ist diese Karte reingekommen mit der Ballerina. Hier ist der kleine Vogel. Ne? Ne? Da laufen sie rein. Und in dem Fall laufen sie hier wieder raus. So. Wir fangen auch hier wieder an. Also diese Papiere sind so schön. Die finde ich so schön. Also kann ich gar nicht sagen, wie schön ich die finde. Ganz ehrlich. Das waren so richtig schöne, heile Welt-Motive, ne? Ich meine, klar, man muss hier. Da ist dieses, in diesem ist dieses bunte Papier für die Rahmen benutzt worden. Und das sind die beiden Reststücke, die noch überblieben. Und dann habe ich deswegen, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Entweder lasst das so, wie es ist, oder ersetzt das durch anderes, was ihr da, oder Bilder, oder wie ihr wollt. Also dieses ganz dünne Papier kann man nicht gut beschreiben, ne? Das ist dieses ganz, ganz dünne. Da ist auch nur eins drin. Das würde ich bekleben. Wenn da, wenn da was, äh, müsste halt selber wissen. Ich sage es nur, weil, lässt sich nicht gut. Also die Aufteilung ist sehr gleich. Die Bilder sind alle anders, aber die Aufteilung ist gleich, ne? Und die Stempel und die Vögel sind auch fast identisch überall. Guck mal hier, das kommt, wenn man so schnell klebert. Uh, Petra. Auf nicht kriege ich es auseinander. Meine Güte. Ja, so mit Ach und Krach. Hier, mit Ach und Krach. Das kommt, wenn man so viel macht. Oh, das tut mir leid. Da ist jetzt ein kleiner Petscher. Ja, ja, ist halt, ist halt so. Ist halt Handarbeit. Bin halt ein Mensch. Ja, sei einfach ruhig. Wir sind ja sofort fertig. Und hier, entspann dich. Lass das Steuer los. Trudle durch die Welt. Sie isst so schön. Kurt Tucholski. Finde ich ein Desch. Also die Sprüche finde ich eigentlich alle ganz schön, muss ich sagen. Das gleiche drin, ne? Gewamsel. Hier, das größte Wunder bist du selbst. Und hier wieder ein Orden für dich. Bitteschön, ein Orden. Das sind ganz alte Sachen. Ich finde es schön, wenn man mal so alte Sachen hat auch, ne? Originalsachen. Ich habe nicht so viele alte, also so Ledgerbooks und sowas, das habe ich alles gar nicht, wie andere das alles haben. Tonnen und Briefe und Karten und hast du nicht? Da habe ich ganz, ganz, ganz wenig. Einiges habe ich mal geschenkt bekommen. Aber das ist dann so schade, das mache ich gar nicht benutzen, ne? Ja, also hier ist die Schnecke, auch hier. Ja, das ist das sagen wir bunte Buch, um das zu unterscheiden. Und hier sind Fische drin. Fische kauft man im Plastikbeutel. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber früher, zu meiner Zeit, bestimmte das. Ja, also hier ist eine Frau noch drin. Bei dem anderen war irgendwie ein anderes kleines Motiv. Ich weiß jetzt gar nicht, warte mal. Also ihr habt wirklich viel Platz. Oder wenn ihr Gedichte oder Sprüche oder andere Sachen festhalten wollt, ne? Hier, die gucken sich auch wieder an, die beiden. Und das sind die Karten. Choice what helps your heart bloom. Guck, und das ist wieder eine andere Karte. Das sind wirklich ganz alte Dinger. Richtig antike Dinger. Ja. Ne, das passt nicht, aber ich finde es trotzdem toll. Deswegen habe ich sie auch reingegeben. Nummer 3 bunt. Nummer 2 rosa. Und Nummer 1 blau. So, der Plan. Ich würde euch bitten, falls ihr Interesse an den Büchern habt. Geh mal ein bisschen raus. Falls ihr Interesse habt, dann sagt einfach nur Nummer 1 oder 2 oder 3. Oder schreibt blau, rosa, bunt. Das ist mir egal. Ihr könnt gerne schreiben, was ihr wollt. Und, ähm, ja. Würde mich freuen, wenn es euch ein bisschen, ein bisschen gefällt. Und ihr das irgendwie gebrauchen könnt. Würde ich euch freuen. Ich habe das hier extra, so kleine Freuden, ganz groß. Falls diejenige, die das dann haben, gewinnt oder haben möchte. Ähm, das kann ich überkleben. Aber ich habe es jetzt so gelassen, weil ich es eigentlich nicht so schlimm finde. Weil die anderen Sachen passen nicht so wirklich. Aber, naja. Also, Nummer 1 blau. Nummer 2 rosa. Nummer 3 bunt. Ihr habt Zeit bis Sonntagabend. Ich verlose dann am Montag. Und verschicke dann im Laufe der Woche. So der Plan, ja. Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich kann einigen eine kleine Freude machen. Es wäre mir ein Herzensbedürfnis. Macht's gut. Auf Wiederschauen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Kommt gerne wieder. Bis bald. Auf Wiedersehen. Passt auf euch auf. Auf Wiederschauen. Passt auf euch auf. Vielen Dank.